Und so saßen wir da, als ich ans andere Ende der Bank einen Mann setzte, den ich nicht kannte, aber schon oft im Viertel gesehen hatte. Vieles ist möglich, wenn ich in der Nähe bin. Das müsstest du doch jetzt wissen. Sehe ich die Angelegenheit hier richtig, dass Sie der Erschaffer der Welt sind? Um es kurz zu machen, ja. Ach Gott, wenn ich so sagen darf. Warum sind wir hier? Hör auf, dem Leben solche Fragen zu stellen. Es ist das Leben, das dir Fragen stellt. Du musst Antworten nicht fragen. Ich wollte gerade das Unvollkommene. Ich wollte sehen, wie das Leben mit dem Nicht-Perfekten zurechtkommt. Ich bin ja kein Ingenieur. Ich bin Künstler. Ich bin ja kein Ingenieur. 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 Ich bin ja Quell. Ich bin ja bei Thorsten Söhnenbrück. Ich bin ja kein Ingenieur questa.